Der Ortsteil am Fiano liegt Richtung der Hügel des Montevergina, ungefähr 60 km von Torcito entfernt. Heute findet man dort nur einige Ruinen. Er liegt weit entfernt vom Ostkern. Am Fiano war ursprünglich ein mittelalterlicher Bauernhof. Obwohl Am Fiano in der Nähe der Via Calabra entstanden ist, unterscheidet es sich im Vergleich zu den anderen Ortsteilen wesentlich. Er ist sicherlich aus dem griechischen Abstammenden Name, bedeutet einsam. Danach wurde der Ortsteil unter der Herrschaft der Basiliusmünche auch dank der Fruchtbarkeit seiner Felder immer wichtiger. Die hauptsächlich von Eigenwäldern bewachsene Erde wurde so zu Olivenhänen. Am Fiano wurde dann wegen des Einfalls der Türken verlassen. Die Türken plünderten großen Teil der Umgebung und in Fiano wurde für lange Zeit ein unbewohnter Ort. Im Laufe der Zeit haben auch unbekannte Schatzjäger hier und da in der Hoffnung, die zu salentänischer Mondart sogenannte Akiadura, das heißt Schatz, zu finden, den Ort verwüstet. Verwüstet. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020